Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Farming Simulator 2017 zusammen mit Toto und den schlafenden Marco. Hallo! Hätt ich ihn doch noch neu gekauft. Setz ihn doch einfach zurück. Ja, schön da gerade dabei. Du bist so untalentiert, das ist unfassbar, Alter. Ja. Kann Zorbe auch nicht sagen. Warum nicht? Weiß ich nicht, tut ihm da auch weh. Ja. Anders lernt er es nicht. Den muss man hart anfassen. Wie heißt der Typ von Fifty Shades of Grey? Was? Keine Ahnung. Christian Grey sagt meine Freundin gerade. Und ich glaube, dass Marco damals im Kino saß und den Typen voll angefeuert hat. Schlag sie! Ich hab den Film nicht gesehen. Ach, erzähl doch nicht. Jetzt tut der wieder so hart, Alter. Und was war, wo der rausgekommen ist? Der hat sich auf den Trailer, auf den zweiten Teil, auf den Trailer ist der doch hier im Team-Stream fast auch mein gewesen, Alter. Der ist jetzt einmal mehr ins Kino. Da ist der zweite Teil. Ich werd verrückt. Jetzt krieg ich die alte noch mehr Schläge. Yeah! Alter, wir brauchen... Wir brauchen größeren Flug, ey. Ach, leisten können wir den uns. Echt jetzt? Ja. Du kannst bloß nicht mehr ziehen. Klar, wir haben 280 PS. Ne, 240. Und was braucht der ganz große? 500. Ach, was zum Bub, ey. Wenn wir, ähm... die Kühe haben, um uns erstmal einen ganzen Batzen neuer, ähm... Trecker, ey. Na, grad dann. Hä? Gerade dann willst du hier neue Trecker kaufen. Ja, warum nicht? Wir brauchen doch. Oder was willst du mir jetzt damit sagen? Gibt's das ganze Geld für Kühe aus? Ja. Dann willst du noch Trecker kaufen? Ja, dann holen wir uns natürlich wieder Geld und dann holen wir uns Trecker. Dann holen wir uns erstmal ein Deutz hier auf den Hof. Ne, ein Fend. Ne, jetzt haben wir schon. Aber dann will ich die Fend Black Edition, Alter. Ja, können wir gerne machen. Ja. 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 Gut. Was kostet denn die Black Edition hier überhaupt? Schauen wir mal nach, ja. Schauen wir mal nach, ja. Ups. Ja. Und der schon ups sagt. Gekauft. Ja. Für 2 Euro. Was ist denn die Black Edition? Gibt's denn nicht. Wie gibt's denn nicht? Wie heißt, wie heißt denn noch, denn nochmal? Black Beauty. Ja, ne? Da bin ich schon dran vorbei. Gibt's nicht. Warum haben wir die denn nicht? Warum haben wir denn nicht? Was kostet denn die 9er Serie hier von Deutz? 245.000, ey. Egal, ich mach mal mehr. Wenn wir uns den 9.340 TTV holen, Alter. Ja. Radgewichten. Na und auf jeden Fall mit Breitreifen, Alter. Oder mit Zwillingsbreifen. Standard Radgewicht. Ne, mit Breitreifen. Kaufen. Was nicht gelingt Geld. Verdammt. Was? Der hat nur 336 PS, die 11er Serie? Äh, 9er Serie? Ja, hast du jetzt mehr erwartet? Du wärst doch die Schnauzei, Alter. Der ist doch nur ein Hoftraktor. Alter. Wenn überhaupt. Ja. Ich hab gehört, wie eure Mütter gesagt haben. Denk das wieder an. Wenn. Also, dass sie ganz gerne mal mit mir ein Date haben wollen. Habe ich gesagt. Gut. Immerhin. Aber nur. Wenn ihr euch. Deutz über die Dose tätowiert. Und was haben sie jetzt getan? Hab ja heiße Bilder davon. Komm, schick mal. Alter, hab jetzt die Nackbilder von deiner eigenen Mama? Was ist denn los mit dir? Nein, ich hab gedacht, deine Mama hätte das gemacht. Nein, deine Mutter und Markus' Mutter. So. Du kannst mir ja eins von Markus' Mutter schicken. Das kann ich machen, Alter. Ja. Vielleicht lernen wir ja Markus' Mama auf der nächsten Gamescom kennen. Was? Der wird immer leiser. Ja. Mach aber nix. Was hat er gesagt? Er macht nichts. Ja gut, das was er immer macht. Haha. Ey jetzt mal ohne Witz, Marco. Du wirst wirklich immer leiser und leiser, also. Ja. Ist dein Mikrofon vielleicht kaputt? Ja, alles ist kaputt. Das ist doch jetzt keine Verarschte, Alter. Mach jetzt mal ohne Witz. Meinst du, warum ich dich gefragt hab, welches Mikrofon soll ich mir kaufen? Jetzt hör ich noch nicht mehr in Spielsonden, ja. So, jetzt hör ich wieder. Ja. Jetzt hört aber das Mikro im Mund. Wahrscheinlich. Oh, das war ja noch hochgeklappt, verdammt. Ich hör nix mehr. Er hört nix mehr. Lass mal schon ein paar Witze über ihn machen. Ja, er hört sein, das macht ja keinen Spaß. Oh, ist aber wahr. Der ist dein Schnorzen. Haha. Der ist dein Fotzen, Junge. Ah, der ist der. Gibt's jetzt wieder bei dir oder was? Kein So. Das ist ja langweilig. Ohne Witz. Boah, ey, das Flügen geht so auf den Piss, ey. Das ist viel zu... Der Grubber, das Flug ist viel zu klein, ey. Der Flug. Was? Hat er gesagt? Schön. Schön. Schön hast du gesagt, ich kaufe mir jetzt einen anderen. Flüge da. Ich will eine dick Arbeitsbreite hier. Wie viel Arbeitsbreite hat der? 1,9 Meter. 5,7 Meter. Was haben wir denn hier für scheiß Flüge drin? Was hat der denn hier? 6,2 Meter. Wie viel Piss braucht der hier? 300 Piss braucht der, verdammt. Wie läuft's denn da bei dir im Wald? Gut. Was heißt gut? Ja, ich kriege die Baumstämme nicht angepackt. Warum? Dann ist. Ich fahr mal eben die Bahn Ende, dann komm ich mal eben hoch. Nee. Also verstehst du mich doch? Was? Was? Versteh nicht, was du sagst, ey. Versteh dich grad nicht. Mach mal Platz da. Hello. Du stehst hier am, ähm, ähm, am Sägewerk, Junge. Und hier hinten fährt der Ball. Und was war das denn, Alter? Wie der tanze der Baum des Todes, Alter. Wenn du jetzt hier so, siehst du, siehst du mich? Ich bin hier oben auf dem Dach. Nö. Wie, ne? Na ja, egal. Wenn du aber jetzt hier mit einer doppelten Schraube auf den Träger, bam, ist das Lager voll. Und, klappt's bei euch. Was? Klappt's bei euch. Ja, es geht, der Flug geht mir ein bisschen auf den Sack hier, die, was weiß ich, 3,8 Meter hier, ey. Welcher Bauer tut sich in sowas freiwillig an, ey? Ey, froh, wenn du so ein Talass. Warum? Ja, geh mal bei dir in der Nachbarschaft, das sind Bauern, ey. Der hat nur Kühe da vorhängt. Ja, gut, dass du meine Nachbarschaft kennst, du Hammel, Alter. Die haben doch Kühe da vorhängt, Alter. Ich hab letztens gesehen, wie ein Fan zum Holzarbeiten gebraucht wurde. Bei euch machen sie das noch mit, ähm... Pettentil, genau. Mit, mit der Laubsäge, ey. Schon wieder ein Sägeblatt gerissen. Ich hab keine mehr. Dann kauf neue, du Spinner. Ich hab grad die Rinde durchgesägt. Das hat mich letztens wirklich immer nach einem LS-17-Key angeschnurrt. Da werde ich gleich stehen, weil... Meine Eltern kaufen mir keinen LS-17. Hast du ein Key für mich? Ich so, Alter, was ist denn bei dir? Ja, ich muss erst besser in die Schule werden, bevor ich LS-17 kriege. Ich so, ja, Alter. Dann hau mal rein, ne? Du bist aber auch gemein. Ja. Da hat wohl schon Grund. Wenn die Eltern sagen, du küsst halt nur, wenn du in die Schule besser wirst, oder? Und wer bin ich, dass ich mich in die Erziehung anderer Eltern einmische und dann sage, hier hast'n Key. Sag mal, deiner Mama leckt mich. Na ja, ich hab's aber gleich hier. Ja, bestimmt nur noch vier Bahnen oder so. Wer pimmelt denn da am Hof rum? Du, nicht. Ne, weil ich auch arbeite. Ich seh' dafür zu, dass unser Bauernhof am Laufen kommt. Und flugge hier mit 3,8 Meter. Ein hunderttausend Quadratmeter großes Feld, ey. Was heißt hier, yo? Ist so, jung, ey. Eistee, so lecker. Kein Monster. Ne, kein Monster. Irgendwie kommen die Berliner nicht mehr rein. Ich weiß auch nicht, was das soll. Er ist aber auch immer, weil du so ein Idiot hast. Den machst du immer da kauf, denk. Kann passieren. Dann dauert das so lange, bis da ein neuer Nachschub kommt. Ja. Aber gut, meine lieben Freunde. Wir sind doch am Ende unserer Folge. Wenn's euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut morgen wieder vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.